Janosch, gibst du der Wodka sofort wieder zurück, er hat eine halbe Flasche ausgetrunken. Meiner Gute, meine Spezialmischung mit über 98%. Jetzt ist ihr schlecht. Oh, jetzt kommt der Wodka wieder auf der Seite mit drüben. Vielleicht, dass eine Dame in der ersten Reihe konnte ausgeräumt mit einer alten Plastiktunnel. Hallo? Dass sie, oder wenn sie der alte braune Handtasche aufwachen, und das war der Fälle, dass der Wodka kommt, mit der Kruhe Bogen zurückgeschossen auf der Bode. Okay, Merik, spielen wir der Katastrophe. Ich bin der Katastrophe. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020